Hallo zusammen. Hi. Hi, hi. Wir sind Daxus Inferno. Unser erstes Stück heißt Film. Er ist allein in seiner Welt, nur sein Drehbuch ist was selbst. Die Katzschatten kennt nur das Licht, was nicht so schön ist, sieht er nicht. Ich vergegne seinem Blick, für ihn gibt es kein Zurück. Und die Welt sieht dazu eine Filmmusik. Ein bisschen Lüge ist noch nicht falsch, ein bisschen mehr brecht in den Hals. Und die Welt sieht dazu eine Filmmusik. Zwischenmal gelogen, immer noch nicht wahr, zwischenmal hinweggesehen und immer noch ist da. Zwischenmal gelogen, immer noch nicht wahr, zwischenmal hinweggesehen und immer noch ist da. Und immer noch, immer noch, immer noch ist da. Das Licht erlischt. Der Vorhang hebt sich. Die Welt sieht dazu eine kleine Filmmusik. Und die Welt sieht dazu eine kleine Filmmusik. Und die Welt sieht dazu eine kleine Filmmusik. Das Licht erlischt. Die 민주画. Und die Welt sieht dazu eine légende Alk Ant around. Und die Welt sieht dazu eine kleine Filmmusik. Und die Welt fühlt dazu eine kleine Filmmusik. Zumal gelogen, immer noch nicht war, zumal in Weggesehn Y immer noch, immer noch, immer noch ist da Zigmal gelogen, immer noch nicht war, zumal in Weggesehn Und immer noch, immer noch immer noch ist da Das Licht erlischt Der Vorhang hieß sich Schreien davor Flammen auf Und die letzte Klappe fällt Und die Band spielt dazu eine Filmmusik Und die Band spielt dazu eine Filmmusik Und die Band spielt dazu eine kleine Filmmusik Und die Band spielt dazu eine kleine Filmmusik Danke schön, vielen Dank Wie gesagt, wir sind Dante's Inferno In dem Sinne auch eine Newcomer-Band Wir haben uns gegründet vor fast 30 Jahren Wir hatten 15 Jahre Pause Und stehen heute wahrscheinlich seit 20 Jahren Das erste Mal auf der Bühne Hier stinden 201 Lebensjahr Unser nächstes Stück ist der Beitrag heute für den Event Und vielen, vielen Dank an die Börse Für die Organisation und die Durchführung Wir sind sehr happy, dass wir dabei sein dürfen Und das Stück heißt Am Ideal vorbei Am Ideal vorbei Am Ideal 1080p Am Ideal Am Ideal Und das Stück ist der Beitrag Am Ideal Bis zum nächsten Mal. 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 Es gibt nichts mehr zu tun. Die letzten Freunde verlassen. Es ist getan. Es gibt nichts mehr zu tun. 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 Es geht an das Publikum. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr die Bands unterstützt habt und danke, dass ihr durchgehalten habt. Den zweiten Preis, den zweiten Preis, den muss ich jetzt von meinem Zettel ablesen. Wir haben es nicht mehr zu tun. Wir vergeben Sonderpreis. In dennoch haben wir, dass wir das. mette this one, der Sonderpreis für die Sonderpreis für die Sonderpreis für die älteste Newcomer-Band gewonnen. hier selber. Und den Sonderpreis für die letzte Band. Über die anderen Sonderpreise reden wir mit den Künstlern dann selber, wie wir die auch umsetzen, mit den Künstlerinnen und Künstlern natürlich. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die musikalisch bewegendsten Momente bei Beyond Concepts heute Abend zu hören waren. Und insofern geht da schon mal ein dicker Sonderpreis hin. Und wie wir das dann ausgestalten, auch mit den anderen Bands. Ich fand Eleven total frisch und gut. Ja, wirklich. Ich fand Cyril und Maybe schon fast routiniert. Ich fand Jung Gossi hatte heute Abend das, und das ist natürlich auch ein Sonderpreis, das charmanteste Französisch des Abends. Ganz klar an Jung Gossi. Und Talibé unter anderem die beste Frisur. Insofern, die Sonderpreise sind viele und wir werden mit euch reden. Dankeschön, dass ihr da wart. Danke, dass ihr alle teilgenommen habt. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend und wir sehen uns wieder. Bis dann, eure Börse. Wenn ich auch nochmal was sagen darf. Unser Dank gilt auf jeden Fall dem Börsenteam. Ihr habt eine Menge möglich gemacht, trotz Corona. Die ganze Branche geht in die Knie und trotzdem versucht ihr den Betrieb aufrechtzuerhalten. Dafür auf jeden Fall unseren Dank. Und ein persönlicher Dank an Eleven für euren Beckenstände. Ihr habt uns ein bisschen aus der Patsche geholfen.